Ich guck, dass ich hier hinfügt... Was soll denn eigentlich? Bin ich schon wieder hier? Ach doch, ich bin da weg! Hm, traf ich leise gerade? Ja! Was ist hier passiert? Hm? Hm? Hallo? Hm? Was ging mir ab? Guck, das sah jetzt gerade so komisch aus... Ja, wie gesagt, das hat bei mir alles... Ja, okay, das hat bei mir alles richtig runtergestellt... Jawoll! Lass mich mal an der Regen, was ich jetzt auch nicht gehabt hätte! Okay! Ich schneide hier jetzt mal ein Thema ein! Ich würde das jetzt fertigstellen... Okay, ähm... Ja... Das Thema... Was ich vorhin angeschnitten hatte... Mit der, äh... Na... Was sagt es dir? Mit ihrer Regelmäßigkeit die Wiese funktion haben... Ja, wenn ich ziemlich hinten dran hingen, weil ich jetzt wieder Arbeit gefunden habe... Ich bin ja sehr gut rum, wieder Arbeit gefunden zu haben... Und... Es macht auch Spaß, dass wir jetzt darauf arbeiten... Ich hatte auch nur vorgehabt, ein Redplay von... Leaura Koros 5 Diamond zu machen... Zumal... Es ist ganz anders... Von... Schönes Redplay... Wo ich... Wo ich... Wo ich richtig einen Roller rein schlüpfen kann... Inflation... Habt mir Hornwolle... Und... Long... Die, ähm... Entschuldigung... Wie gesagt, ich kann es jetzt stumm halten... Aber schon erst erfahren, als dann gemäckert wurde... Ich dachte, es sind die Kuhleine... Und ich hab mich so kaputt gelacht... Und ich hab mich so kaputt gelacht... Und hab mich so stumm gestellt... Ja... Ja... Ja, da hab ich dann an den Piff gekriegt... Soll nicht ausbleiben, sowas... So... Sehr gut... Die nächste Stufe ist, dass ihr auch... Wisst ihr, wie auch... Den Traumern hier auch schon... Soll nicht ausbleiben, sowas... Soll nicht ausbleiben, sowas... Was macht sich mit Wohlschwinschwein... So... Ähm... Schwer auf dem Kamee... Wir brauchen ja auch Wohl... Also holen wir ja auch Wohl... Wenn wir fahren werden... Das können wir Wohl abfarmen... So unterricht das... Zum Schwer tatsächlich... ... in dem Dien... ...ir auf meinen Stieg... ...mich wer bischen... ...wird wahrscheinlich woanders erschein... ...auf dem Ganzen... ...und dann... ...wird schon mal bei uns... ...ein paar Meilen... ...könstieg... ...maa... ...mich wer bischen... ...könstieg... ...an... ...au mal ein paar... ...Dianen abmachen können... ... ...juh... Jetzt hat die Leute... Natürlich. Und natürlich haben wir keinen dabei. Was mag ich denn? Was mag ich denn? Nichts gescheites. So. Wow, hey. Was für ein bisschen Äpfel? Ich spiele ein bisschen froh, bevor ich die Stimme komplett vergebe. Jetzt fahre ich mich anher wie zum Drutan. So. Wir haben eine neue Alm. Können wir auch weitermachen, wo wir aufstehen. So. Das nehmen wir auch mit. Freizeck. Ein Schöpfe. So viele Spauten gibt. Zum Knall. Und. Ich bin ja wirklich. Teil. So. Ach, den Schampen legt er. Ja, so. Lieber ein bisschen. Die Kleidung. Puppen. Auf. Fünfzig. Oder P. Keine Ahnung. Wie das Puppen damit hat. Der. Und. Das sind. Der. Das ist. Der. Das ist scheinlich. Der. Erstmal. Der. Aber am Leben verdienen. Ah, dann. Weil Experts doch ein bisschen versucht, schon sich zu schützen mit diesem 0% hin, das heißt man braucht zu diesen Voraussetzungen, die Wertschwichter füllen, nicht dieses Jahr. Und einer, der es nicht spüren kann, hat sie jetzt gerade fortgeschmissen. Wir brauchen natürlich zu wissen, es ist aber alles positiv, positiv fortgeworfen. Das heißt, muss ich dann auf einmal kaufen, zum Rechle. So, Turmpestig hat es verlassen, Turmpestig ist wieder da. Wahrscheinlich wegen Bugs. Äh... Was ist das der Ball? Das ist McValenton. Der McValen... Das McValen-Krebermusik. Ja, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen abgeguckt hat von... Ja, falls ihr es wirklich nicht wisst. Musik, die sich so ähnlich anhört. Musik, die sind realms退dimensional. Verse zwei zu Charaktere. Musik, die ganze Zeit. Das ist�allen, weiß. Die ganze Zeit der Weg zurück für die Geistheit. Musik, die ... Es ist wirklich eine Jahre nach거나 für Geist simplemente von Gewalter. Und dann machen dieância across. Ich hab schon wieder ein Fluss im Hals. Ah, wie stinke ich nicht? Keiner hat die Stieb. Du bist heftig. Du riechst auf Oli. Du riechst auf Oli. Statt ich will jetzt diesen Beisen wieder auf... ...einfach auf den GF zu gehen. Und dann kann ich meinen Fluss einfach mal raus... ...bögen. So. Wir kennen das Spiel. Dann kommt als nächstes... ...die Mucke wieder. So, auf eine angenehme Lautstärke. Ja, wir sind hier wieder zurück auf unserem Grundstück. Jemand hat wieder die Funken nach oben angemacht. Ist ja alles für nichts, da einzuwenden hier. Natürlich. Und ich bitte mit euch. Die Wanderhähne sind wieder nach oben. Ja, jetzt muss ich nicht durchschluss. Könnt man auch nicht stellen hier. Irgendwas mit Postmetik. Irgendwie... Vielleicht ein Spiegel. Was wäre denn ein Spiegel? Vielleicht könnte ich das mal an Volleyball schreiben. Ob die eine Art Spiegel machen könnte. So. Ja, so ist alles in Ordnung. Ja, da wird's ja gerne reingegangen. Aber ich denke... Der wird ja auch oft benutzt werden. Jetzt weiß ich gar nicht. Hier hatte ich mal einen... So. So. Ach ja. Ja, aber nicht. Kinder machen. So. 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 Stechen. ... So. So. Man geht es. Rainbow. Ah, ich liebe das. Das liegt liebe ich. So. Nein, ich würde schon gar nicht hin. Ähm, äh, Stahlien, wir können ja unseren Kerl, den könnte ich auch mal wieder wegziehen und spinnen. Entschuldigung der Scherzaufnahme, aber haben ihn noch nicht rausgemacht. Puh, der Sack. Ja. So, beenden Sie sich mal hier schnell ab. Tja, das ist toll. Er kann eigentlich nicht einfach so die Ente geklaut werden. Was? 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 Das I know. Oh, da haben wir noch Gas gehabt. Ja, bald kommt das Update. Wie ich gehört habe, kommen da auch neue Flachen, sowas wie Gewichter, wo die Flachen in eine Truhe packen. So, das wird schon immer schön an. Das heißt, wenn ich es abernten möchte, dann kann man viel mit Bahnen locken. Beispielsweise, man hat eine Erntemaschine, da ist eine Eisenbahn. Man kommt da hin und legt den Schalter um die Bahn und fährt dann wieder in die Richtung hoch, nachdem man hier dann alles abgeendet hat. Ja, ich bin zu ungeschimpulieren mit der Maus. Hier steht mein Stück. So bin ich leider. Egal. Äh... Da gehen wir noch mal auf den... Ja, genau. Wo ist ein Survival? Ich hab's vergessen. So, wie, wahl! Also nochmal wirklich Danke auch an Larry. Ähm... Damit er es auch versteht. Thanks! Special thanks to Larry, who told me how to use the music. Ähm... And... Thank you! You make really good stuff. Sorry. It's how in the letter my English could be better. Ähm... Hahaha! Hahaha!